Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute zeige ich euch meine neueste Errungenschaft, was den Kunstdruck oder was die Kunstdrucke angeht. Vielleicht könntest du den Titel auch schon entnehmen, was ich euch gleich zeige. Ich weiß noch nicht genau, wie ich den Titel nennen werde. Und zwar habe ich mir zum letzten Derby einen Kunstdruck gekauft. Wie gesagt, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber ich bin richtig begeistert. Und ich finde den bis jetzt mit am besten, muss ich sagen. Also ich finde, das ist einfach wirklich stimmig, dieses komplette Bild, sage ich mal. Und leider kann ich jetzt nicht mehr nachgucken, wie viel der Exemplar, dass das von 100 ist. Aber ich bin froh, dass ich noch eins bekommen konnte. Wie gesagt, das ist jetzt schon ein bisschen her. Ja, Freunde, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, von den Kunstdrucken. Ob ihr vielleicht auch welche habt, wenn ja, welche. Ja, und das soll es dann auch schon mit dem heutigen Video gewesen sein. Wenn es euch da draußen gefallen hat, dann lasst doch gerne dementsprechend eine kleine Bewertung da. Und ja, wenn ihr jetzt vorausgesetzt keine weiteren Videos mehr von mir verpassen möchtet, dann dürft ihr mich zum Schluss auch noch selbstverständlich gerne kostenlos abonnieren. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis dann. Tschüss. 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 Noll mitigation. B였습니다. BHK. Verm ת executed.